Ich bin sehr gebrochen Jungs, mir geht's gar nicht gut nach der WM 2018, WM 2022, Deutschland auf Taktspiel verloren gegen Japan 2 zu 1, aber lasst uns nicht Deutschland schlechter machen als sie waren, wir haben eigentlich gut gespielt, lasst uns jetzt nicht alle auf Schlotterweg drauf gehen, auf Hansi Flick drauf gehen, weil hätte Gündogan noch einen reingemacht oder Goretzka oder Musiala oder Gnabry, hätte niemand mehr gehatet, wir haben guten Fußball gespielt, es war Fußball, wir haben die Chance nicht genutzt, der Abschluss, der letzte Pass, der Abschluss, das hat gefehlt, defensiv, das kennen wir schon, sei es Bayern, sei es Deutschland, defensiv, wir kriegen immer unsere Kontertore, immer steht irgendwas nicht richtig, kennen wir, trotzdem haben wir oft auch Spiele gewonnen, auch wenn wir Gegentore bekommen haben, das hätten wir eigentlich gewinnen sollen, dieses Spiel war es ein 2 zu 1, Spanien hat jetzt 7 zu 0 gemacht gegen Costa Rica, also gegen Costa Rica, hoffen wir, hoffe ich doch, dass wir dann gewinnen, aber zurück zum Deutschlandspiel, wir schaffen es schon irgendwie, ja, wir schaffen das schon, wir schaffen es schon, ich hoffe, die Spanier denken sich jetzt irgendwie, oh, das machen wir jetzt easy gegen Deutschland, aber wir hauen jetzt auf die Kacke, wir hauen auf die Kacke, aber bitte bloß nicht im Internet voll den Shitstorm auf Hansi oder Schlotterbeck, das macht es nur schlechter, wir müssen pushen, wir müssen pushen und irgendwie wieder hochkommen und wir packen es, okay, wir gucken jetzt erstmal auf das Spiel, okay, die Bewertungen sind sehr, sehr komisch, muss ich schon sagen, also, wie kann das sein, das Schlotterbeck mehr als Rüdiger, Rüdiger war eigentlich einer der besten deutschen Spieler überhaupt, wenn wir ihn nicht hinten hätten, dann wäre das, boah, damit die Defensive echt schwach, also man kann alle Varianten hinten aufstellen, aber eins ist immer sicher und zwar, dass Rüdiger spielen muss, ich bin gespannt, was Hansi Flick machen wird, wenn wir gegen Spanien spielen, wie wird er hinten aufstellen, wird er nochmal Müller bringen, was ist mit Sané, es gibt so viele Optionen, nochmal Havertz oder Füllkrug, sehr, sehr viele Optionen gibt es auf jeden Fall im nächsten Spiel, was mich ein bisschen geärgert hat, man hat gesehen, wie sehr Musiala dieses Tor wollte, er wollte es, er hat gedrückt bis zum geht nicht mehr, ich dachte, wenn er es hat, vielleicht spielt er dann sogar noch besser und befreit er, schade, dass er es nicht bekommen hat, er wurde auch ausgewechselt und sah nicht glücklich aus, er war nicht zufrieden, er wollte es unbedingt, Thomas Müller hat sehr lange keinen Fußball mehr gespielt, kam rein, hat man sehr oft nicht gesehen, ein bisschen Quatsch gemacht, dann fand ich wieder gut abgelegt, immer so ein Hin und Her bei Müller, wurde dann, fand ich, auch richtig ausgewechselt von Hansi, Havertz hat man auch nicht viel gesehen, aber ich glaube, es liegt nicht an Havertz, wenn er 10er wäre, hätte man ihn mehr gesehen, es liegt einfach daran, dass er als Stürmer ist und es ein bisschen schwer ist hier, finde ich, bei Deutschland als Stürmer zu scheinen, finde ich ein bisschen schwer, Gnabry 7,6, ich habe ihn nicht, es ist sehr viel gut über links gespielt, David Rao, Musiala und so, rechts sehr wenig, finde ich, rechte Seite von Gnabry, war dann aber irgendwie der beste Offensivspieler, weiß ich nicht, Gündogan hat mir am Anfang gar nicht gefallen, fand ich sehr unsicher, hat manchmal egoistisch gespielt, hätte noch mal einen abpassen können und was doch eigentlich bei City so ist, die haben alle so eine Übersicht bei City, da wird immer noch mal rübergelegt oder so, aber irgendwie war es bei Gündogan nicht da, da kam aber auch, finde ich, fand ich immer besser rein, Zinuk hat den Elfmeter reingemacht, ich hätte mich eher gefreut, hätte Müller den geschossen, damit dann der Torjägerliste bei der WM noch höher geht, schade, ist da noch nicht passiert. Dann haben wir, ja, die Kette hinten, das ist es halt, ich finde es vorne nicht schlimm, nur die Abschlüsse, die müssen besser sein. Ich hätte mir nur gewünscht, dass Kimmich noch so eine Rolle hätte, dann wäre mir halt defensiv noch schlechter, wenn Kimmich ein bisschen vorne diese Chipbälle macht, das ist es noch, also damit offensiv noch einen Ticken mehr geht, aber trotzdem, wenn Gündogan schon hier vorne ist, wenn Kimmich auch, dann ist halt hinten nichts, aber diese Chipbälle von Kimmich haben mir vielleicht ein bisschen gefehlt, aber ich habe einfach Angst, also bei der Aufstellung am Anfang ist jetzt komisch, dass Schlotterbeck und Raum hier die besten Bewertungen haben, keine Ahnung, wieso. Ich habe mir schon am Anfang gedacht, dass links, also Schlotterbeck mit Raum mir sehr gefährlich wird irgendwie und ich hoffe einfach, dass das sich wechselt. Japaner, ich gönne es denen auch, ist mega sympathisch, ich liebe Japan, Japaner sind sehr geil, ich gönne den auf jeden Fall, aber Deutschland muss jetzt besser, stärker zurückkommen und ich glaube dann, wir fliegen nicht raus, Jungs, wir fliegen nicht raus, habt ihr verstanden? Wir machen das irgendwie, okay? Wir packen das, wir müssen jetzt alles reinschmeißen und irgendwie machen, also schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie wir gegen Spanien spielen sollen, und das ist schon wieder eine Herausforderung, es war schon gegen Japan absolut nicht klar, wie Hansi Flick aufstellt, jetzt haben wir es und es könnte sich gegen Spanien wieder komplett ändern. Sanerai, Müller, Füllkrück, nochmal Schlotterbeck oder nicht? Machen wir nochmal Schlotterbeck, sein Vertrauen stärken? Machen wir es nicht? Ich finde es auch stark von Rüdiger, der im Interview gesagt hat, ja, hat nichts mit Schlotterbeck zu tun, und das waren einfach wir alle, die gesamte Kette hat einfach nur falsch gelegen. Gönnegan meinte dann auch nochmal, er glaubt, das war das einfachste Tor, was jemals in der WM geschossen wurde und so. Ich weiß aber nicht, ob so Aussagen gut sind oder ob das einfach nur ein bisschen Unruhe reinbringt. Ich fand das von Rüdiger dann schon besser, also es lag nicht an Schlotterbeck, es war einfach, die ganze Kette haben wir nicht gut gemacht. Das fand ich gut, aber ich hoffe einfach, dass da ein bisschen Ruhe reinkommt, weil ich glaube, da höre ich jetzt keine gute Atmosphäre. Und da ist jetzt, glaube ich, Hansi Flick gefragt. Hansi Flick ist gefragt, ob er jetzt gute Mentalität und Ruhe reinbringt, einfach diesen perfekten Mix, um Spanien zu schlagen, oder ob da jetzt einfach nur noch scheiß Stimmung herrscht, dann sind wir direkt raus. Ich glaube, das kommt einfach nur darauf an, wie die Mannschaft jetzt eingestellt wird, auf das nächste Spiel und mental. Schreibt in die Kommentare, wie ihr es machen würdet gegen Spanien, gebt nochmal ein Like, gebt nochmal ein Abo. Mia Samia, haut rein. Peace.